ich will nicht ich will nicht wissen wie viele entdeckungen erst diesmal gibt sind auch hier ist nicht gut wenn dass du mich schon gesehen hast der schon wieder Ich gehe die Bildung in den Eimer, wenn man dann eine hat. Es ist schon klar, dass das ein unfairer Kampf wird, weil ich besser bin wie du? Ohne mich zu preisen? Ich kann halt hinterherhälte kämpfen. Nein, hier ist niemand, die alte, die hat ja so geschossen. Wirst du mal zuschlagen? Danke. Es ist gut zu wissen, Viana, dass du das bezeugen wirst. Ich komme sowas von drauf zurück. Oh, great twist. Ich gehe auf die Meile aus der Klemme. Die haben sich jetzt da unten auch wieder beruhigt. Ja. 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 Es wird auch so einfach sein können. Rant ist soweit. Die Bergewerksgesellschaft wird ihre Männer freilassen, sobald wir ihnen in Ersatz gebracht haben. Ich habe Kisten vorbereitet. Packen Sie dort zwei der üblichen Säufer rein. Mhm. Sie sollten nur einigermaßen gesund sein, aber passen Sie mit den Betäubungen auf. Wenn Sie tot sind, ist unser Geschäft geplatzt. Ja. Es ist dann dumm gelaufen. Nehmen Sie diesen Schlüssel, der öffnet die Hintertür zu meinem Silbergrafiestudio. Legen Sie die Kerle in die Kiste und nageln Sie sie zu. Sperren Sie die Ladentür danach nicht ab. Selbstverständlich werde ich nicht dort sein. Guck mal, hier steht das sogar. Der Segen habe ich mein Handy. Wie ist das Alexa? Ich benutze mein Handy. Ne? Der Beweis. Jetzt haben wir den Code dafür, jetzt müssen wir nicht mal rätseln. Wobei meine Frau hat es nicht mitgekriegt. Doch sie guckt gerade hin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich löse. Du hast es. Okay. Dann darf meine Frau lösen. Wenn wir dann da sind. Ein paar Rätsel. Irgendwie schwulst du rücken. War klar. Ein bisschen nichts weiter. Da ist der Schloss. Da ist Paolo. Wie geht sie auf See? Öffne das Schloss. Ja. Schloss und öffne es, um aber ein bisschen anwesend zu betreten. Bringe den Pizza auf See zum Syriographie Studio. Aha. Verbanne Paolo. Bringe Paolo zum. Wen soll ich denn jetzt da hinbringen? Ich will gar keinen von denen da hinbringen. Ich will mit denen gar nichts zu tun haben. Ich will wissen, was dahinter ist. Ich lauf erstmal zum Schloss. Das spüre ich. Er kommt wieder. Mit den Nerven am letzten Tag. Was ist hier los? Verflucht. Wieso lebt er immer noch? Weil ich gut bin und ihr scheiße. Deswegen lebe ich noch. So, da haben wir das Schloss. Ne, das ist das Rätsel Mann Schatz. Habe du ja nicht da was. Also das war jetzt das Rätsel. Dann hast du dann hier schon so Schlupftabak, Erbstück und so. Das wäre jetzt eigentlich so das Rätsel gewesen, was wir dann eigentlich zum Schluss gemacht hätten. Aber da wir ja jetzt schon die Lösung haben. Sehr gut, bin froh, dass ich nicht alleine bin. Nein, ein bisschen nicht. Ansonsten macht das der Chat. Wie gesagt, kopiert das, schreibt es auf oder so. Na, deswegen. Bin ganz dicht hinter dir. Äh, okay. Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen, Brudi. So, kannst du die App öffnen. Dann haben wir, muss das eigentlich auch diese Reihenfolge sein? Wir gehen einfach mal hier nach dem. Äh, das Finch hat den Ring. Ja, passt schon, Schatz. Solltest du vielleicht in die andere annehmen? Das ist gewohnt da für mich. So. Dann haben wir Vogelanhänger. Das müsste der sein. Und Winslow. Okay, das hatten wir ja aus dem Text ja schon mit dem Winslow. So. Dann Kriegsmedaille. Das hier. Dann Diamant. Und Schnupf. Da wackelt es richtig. Er ist klar so. Winslow. Ah, 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 ah. Da kommt die Gräfin. Dann. Der Doktor. Das wärs. Die Information war richtig. Hä? Ich hab selber keinen Ton gehabt. Warte, überhaupt keinen Ton. Hä? Hä? So. Zwei Gegner getötet. Okay. Der eine zählte dazu. Leichen entdeckt 16. Entdeckungen 72. Ich steigere mich. Oh. Ja, aber Chaos immer noch gering. So wie es sein muss, ne? Du kannst dich auch deine Community verlassen. Ja. Nicht mal schwer hoffen. Wobei, wenn ich eine Frage stelle, habt ihr da schon Probleme. Zeit ist etwas seltsames. Ich verließ Karnaka vor Jahrzehnten, war gespannt auf die Dinge in Dunwall. Ich erinnere mich an die Liebe zu Jessamine. An ihre Krönung als Kaiserin. Emilys Geburt, die Seuche, dann Jessamines Tod und eine andere Krönung. Und jetzt das. In der Stadt, in der ich geboren wurde. Stiltons Haus verbirgt ein Geheimnis. Aber ich nehme es Ziegel für Ziegel auseinander, um hinter Delilahs Unsterblichkeit zu kommen. Solange sie dabei am Ende in Ketten liegt. Sie hat sich vielleicht aus dem Nichts nach oben gearbeitet. Aber für Tyronnen und Hexen, hier gehe ich schon lang keine Sympathie mehr. Alles was ich will, ist Delilah zu erledigen und für Emilys Sicherheit zu sorgen. Noch einmal. Was hat sich verändert? Ich habe keine Fähigkeit mehr. Der Ort ist verflucht, rissig. Ich spüre das Nichts einsickern. Guck mal, ich habe einen Tatter. Oh, das ist gar nicht gut. Aber nur so einen Scheiß gibt es hier, ne? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Mal. Oh, man. die füße waschen dann rutscht der dreck nach wenn sie die ohren wieder frei nicht genuschelt ok da sind schon mal ratten gepflegt ist definitiv was anderes alisa find ich super jetzt müssen kleines bisschen mehr erhofft zwei runen haben wir definitiv hier sind auf jeden fall leute an das ist schon mal gut zu wissen ich dachte ich könnte hier einfach mal netterweise durchflitzen buchen waschen hast du ganz vergessen du musst die füße waschen sie haben wir schon das problem du musst die füße waschen damit die ohren frei werden siehst du deine ohren sind immer noch verstoff könnte aber auch an was anderem liegen bei dir alexa immer thema runde zahl nein spaß störtens anwesend verfällt langsam das ist mir gerade das verfehlt ob sie das gut gemacht Soll ich dir lieber Bilder malen? Damit du es besser verstehst, weil du hörst ja nichts mehr. Wo war die andere? Der fauchtete mich an? Alexa, versteh das jetzt nicht falsch, aber ich bin ein Gott, komm du erstmal mit meinem Alter. Das ist wie zu ruhig, wir haben auf jeden Fall einen Gegner hier. Die Geliebte des Herzogs kehren bald zurück. Im Traum waren der Herzog und ich auf der Jagd. Die Beweinigungskraft hat gekündigt? Ja, definitiv. Warte, warte, warte. Das frag mich mal morgen, wenn ich aus dem Bett saue. Ist jetzt wirklich noch so an dir? Ja, Manuel, das ist sehr gut. Schön, dass du wieder was hören kannst. Das heißt, du hast dir deine Füße gewaschen. Die Sache ist nur die. Meine Frau hat mich so schön kennengelernt. Wie bin ich so alt geworden? Wo sind die Männer aus früheren Zeiten? Die Bälle, die wir hier hatten. Die Zeit läuft aus. Sie kommt aus den Wänden. Sie ruiniert die Töppliche. Ich bin nicht da hoch. Ich wollte jetzt eigentlich nicht zu ihm direkt rein, sondern erstmal meine Sachen hier. So reinzukassieren. Ah, meinst du, dass ich doch zu ihm rein muss? Okay, muss ich doch von oben machen. Ja. Na oben. Wollen wir ihm sein Tor nicht nehmen? Ja? Stilton ist vom Rest des Bezirks abgeschnitten. Hm. Ja, das ist doch der Weg. Hey, gut. Ich bin halt so ein bisschen mit in den Tütterecken. Das ist geradezu geil wieder. Der war das nicht. Der war das. Komm. Okay, du bleibst doch. Das ist gut. Schrecklich, wie sie mich ansehen. Ashworth, Jindosh und der kleine Luca, jetzt erwachsen. Nein, ich knack... Ich hab doch vorhin dir erklärt. Es ist knusprig. Ich hab doch schließlich... Irgendwo hab ich das mal gehört. Wenn man jung ist, ist man knackig. Wenn man älter wird, ist man knusprig. Danke für die Info. Du labert hast sie ja jetzt schon. Vor drei Jahren zerbrach er das in Aramis Stilton wie ein billiges Schloss. Ein Teil von ihm und des Hauses haben jeden Abend nur verlassen. Der innere Zirkel des Herzogs ist noch immer hier, um den großen Plan umzusetzen. Und ein Teil von Aramis Stilton ist hier, zerbricht weiter. Das Nichts ist kein wirklicher Ort. Es ist viel bilder und seltsamer, als du denkst. Es betrachtet dich von innen. Im Herzen von Stiltons Haus tröpfelt das Nichts durch das kleine Löchlein von Delilahs Trick immer weiter. Selbst Magie ist hier verkehrt. Alles funktioniert anders. Nimm das. Stell dir vor, als wäre ein Akronowandler. Geh. Beobachte den Herzog und Delilah. Sieh selbst, was sie getan haben. Sieh dich nur um. Du hast die dunklen Ecken der Welt ignoriert. Vielleicht hätte ich das Palastleben weich gemacht. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin. Delilah.